Savadi Krab und herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Reihe Thailändisch für Anfänger. Heute dreht sich alles rund um das Obst. Wenn du das erste Mal so ein Video siehst, dann schau dir bitte die Einleitung an. Dort findest du ein Video, damit du die hier vermerkten Tonzeichen und die Lautschrift richtig verstehst. Die erste Vokabel ist die Ananas. Wir sagen im Thai Zapparot, Zapparot, erst zweimal den tiefen Ton und dann den hohen Ton. Sprich auch alle Vokabeln ruhig, laut und deutlich mit. So kannst du Thai am besten üben. Zapparot, Zapparot, drei Silben. Kluai, für die Banane, Kluai. Die Kokosmus, Makbrau, Makbrau, zweimal der hohe Ton. Makbrau. Die Mango, Makmoan, Makmoan. Okay? Die Orange, Som, Som. Fallender Ton, ja. Du beginnst oben mit deiner Stimme und die Stimme fällt dann ab. Som, Som, Dengmo, Dengmo. Die Vokabel für die Wassermelone. Äppern, Äppern. Ja, wir haben erst den tiefen Ton und dann den fallenden Ton, die Vokabel für den Apfel. Die Stinkfrucht, sehr bekannt in Teilen. Tu, Re, Yen, Tu, Re, Yen. Okay? Erst der hohe Ton und dann der mittlere Ton. Die Weintraube. Hier sprechen wir beide Silben im tiefen Ton. Und wir haben hier den NG-Laut, der nicht immer so einfach ist, von Ngu, Muu. Ja? Du bildest diesen Ton im Rachen hinten. Der Mund ist leicht geöffnet. Deine Zunge berührt leicht den oberen Gaumen. Okay? Angun, Angun, Angun. Die Weintraube. Und zu guter Letzt die Limette. Magnau, Magnau. Ja? Erst hoch und dann der mittlere Ton. Schauen wir sie uns alle noch einmal kurz gemeinsam an. Wir haben also für die Ananas, Zapparot, Kloi, für die Banane, Maprau, die Kokosnuss, Mamoa, für die Mango, Somme, für die Orange, Dengmo, für die Wassermelone, Aban, für den Apfel, die Stinkfrucht, Turian, Weintraube, Angun. Und zu guter Letzt die Limette mit Magnau. Ja? Erst hoch und dann der mittlere Ton. Ich hoffe, du kannst dir ein paar dieser Vokabeln merken. Schau dir das Video ruhig mehrmals an. So kannst du es am besten üben. Und wenn du Lust hast auf noch mehr Thai, dann freue ich mich auf einen Besuch von dir bei www.thailand.net. Das war die Krab und wir sehen uns beim nächsten Video.